Wundelid im Juh und kumpelig. Den Regen an. Wir sind an 130 Grad. Wir sind auf Wechsel. Jetzt sehe ich die Sarah hier und guckt. Kannst auch gucken, wie der draußen regnet. Hm, Sarah? Na schön, da kommt jetzt mal ein bisschen kühle Luft hier rein. Sarah sagt gar nichts heute. Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020